Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. 2022 steht vor der Tür und es gibt bestimmt den ein oder anderen, der überlegt mit dem Stream anzufangen im nächsten Jahr oder vielleicht am Ende diesen Jahres. Und ich möchte euch in diesem Video einmal ganz kurz zeigen, wie ihr in den ersten Schritten euren Twitch-Kanal einrichten könnt, wie ihr die Streaming-Software runterladet und euren allerersten Stream starten könnt. Außerdem verlinke ich euch immer mal wieder Videos, um den Stream nach dem ersten Start immer weiter zu optimieren. Ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Meine Statistik sagt, dass 98,5% von den Leuten, die sich die Videos angucken, noch nicht abonniert haben. Falls ich irgendwas falsch mache, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin immer froh über Verbesserungsvorschläge. Falls dem nicht so ist und euch meine Videos gefallen und meine Arbeit hier gefällt, die ich hier mache, lasst doch gerne ein kostenloses Abo hier auf diesem Kanal. Da klickt den Daumen nach oben und schreibt mir was in die Kommentare. Das hilft mir hier wirklich wahnsinnig, weiterzumachen, dabei zu bleiben und euch weiterhin Content zu liefern. Vielen Dank. Um den allerersten Start auf Twitch hinzulegen, müsst ihr natürlich selbstverständlich erstmal ein Konto erstellen. Den Link von Twitch habe ich euch auch in die Videobeschreibung gepackt. Ihr geht dann ganz einfach hier auf dieser Startseite auf Registrieren, gebt euch dann hier einen Benutzernamen und erstellt euch ein Konto. Wenn ihr das Ganze getan habt, könnt ihr euch ganz einfach dann mit diesem Konto bei Twitch anmelden. Der Sponsor des heutigen Videos ist OwnedTV. Bei OwnedTV bekommt ihr professionelle Designs und Overlays für eure Streams. Ihr könnt dort sowohl komplette Stream-Overlays kaufen, die sogar Sachen wie Twitch-Banner und Alerts beinhalten, oder aber auch Emotes und Subbages erwerben. Ebenso könnt ihr dort Avatare oder auch Logos erstellen. Egal, was ihr für euer Streaming-Setup braucht, OwnedTV hat mit über hunderten von Overlays sicherlich etwas dabei, was euch gefällt. Interesse geweckt? Klickt auch gerne auf den Link in der Videobeschreibung. Dieser bringt euch direkt zu OwnedTV. Außerdem spart ihr mit dem Code FINNINGWEST noch 50% auf alle Produkte. Dann ist es für gewöhnlich so, dass ihr euch erstmal drei Kategorien aussuchen könnt, die euch interessieren. Das könnt ihr dann erstmal alles soweit machen, bis ihr auf dieser Startmaske seid, die bei euch etwas anders aussehen wird, da diese Bilder hier erst eingerichtet werden müssen. Aber um nun alles in eurem Twitch-Profil zu ändern, geht ihr hier oben rechts einfach auf dieses Symbol. Da ist bei mir jetzt das kleine Profilbild angezeigt. Bei euch wird da eher so ein Standardbild sein. Da klickt ihr einmal rauf und könnt dann hier als allererstes mal das dunkle Design anmachen, wenn ihr wollt. Finde ich wesentlich angenehmer. Und dann gehen wir als allererstes einmal kurz in die Einstellungen. In den Einstellungen, wie gerade eben schon angesprochen, kann man dann einmal Profilbild aktualisieren. Das ist das kleine Bild hier oben. Das Profil-Banner, also das Banner, was man darüber sieht. Hier kann man dann auch seinen Benutzernamen und seinen Anzeigenamen ändern und eine Biografie hinzufügen. Dort könnt ihr einfach ein paar Sätze über euch selber hellschreiben. Das könnt ihr leerlassen, wie ihr wollt. Danach können wir einmal direkt auf Kanal und Videos gehen. Und damit werden wir direkt einmal in unser Creator-Dashboard weitergeleitet. Wir sind also nicht mehr in den allgemeinen Einstellungen, sondern in unserem Creator-Dashboard, in dem wir noch einiges mehr sehen können. Hier können wir jetzt aber alles über unseren Kanal einstellen. Wir haben hier zum Beispiel einmal die Möglichkeit, Social-Media-Links hinzuzufügen, wo wir dann einfach sagen können, hier, das ist unser Instagram-Account, Twitter, YouTube, Facebook, was es auch sonst noch alles gibt. Wenn ihr hier oben dann weitergeht und auf Marke klickt, könnt ihr hier einmal die Akzentfarbe für das Profil festlegen. Also in welcher Farbe zum Beispiel eure Abos angezeigt werden oder Abos von anderen angezeigt werden. Dann könnt ihr hier außerdem ein Profil-Banner einstellen. Man kann natürlich einfach einen Hintergrund erstellen lassen oder ein eigenes Bild hochladen. Und man kann hier einen Video-Player-Banner anzeigen. Das hieß mal Offline-Banner. Also das Bild, was bei mir ganz am Anfang angezeigt wurde. Also das Bild, was angezeigt wird, wenn der Kanal offline ist. Das sind sowieso erstmal die grundlegendsten Sachen. Also wir haben hier den Banner. Wir haben das Profil-Bild. Und wenn wir dann hier weitergehen auf unser Profil, haben wir hier unten unsere Biografie und unsere Social-Media-Links, unseren Offline-Banner. Und damit haben wir größtenteils unser Profil schon mal aufgebaut. Wie ihr zum Beispiel solche Panels hier unten aktiviert und hinzufügt, habe ich euch ebenfalls ein Video in der Videobeschreibung verlinkt. Das Ganze wird jetzt hier darüber hinausgehen. Als nächstes kommen wir dann zur Streaming-Software und da würde ich euch auf jeden Fall raten, mit OBS Studio zu arbeiten. Den Link dafür habe ich euch ebenfalls in die Videobeschreibung gepackt. Und dort könnt ihr dann entweder für Windows, für Mac oder für Linux einmal diese Software herunterladen. OBS Studio sieht auf den ersten Blick etwas unübersichtlich aus. Aber generell kann man OBS Studio in relativ wenige kleine Teile unterteilen. Und da werde ich euch jetzt einmal durchführen. Als allererstes wird OBS Studio einmal fragen, ob ihr den Auto-Konfigurationsassistenten durchführen wollt. Ich würde das für den Anfang empfehlen. Man kann danach immer noch seine perfekten Einstellungen finden. Und auch dazu findet ihr weitere Videos. Der Auto-Konfigurationsassistent sieht so aus. Und da könnt ihr jetzt einmal auswählen, was für euch zweitrangig ist und was für euch erstrangig ist. Ich gehe jetzt mal in diesem Video davon aus, dass Streaming optimiert werden soll, das Aufnehmen eher zweitrangig ist, also dass wir jetzt dieses Setup für Streamen optimieren. Und dafür können wir einfach hier diesen oberen Punkt lassen. Gehen dann hier auf Weiter. Müssen dann hier auf jeden Fall einmal unsere Basis-Leinwand-Auflösung angeben. Da solltet ihr auf jeden Fall 1920x1080 nehmen. Und bei den FPS könnt ihr entweder 60 oder 30, aber wenn möglich 60 bevorzugen nehmen. Weil auch wenn ihr nicht genau wisst, wie stark euer PC ist. Falls er stark genug ist, 60 FPS zu streamen, dann wird das ausgewählt. Falls nicht, wird auf 30 geswitcht. Hier gehen wir auch wieder auf Weiter. Und hier ist es ganz wichtig, das Konto zu verbinden, das Twitch-Konto zu verbinden. Das gibt einige Vorteile, die ich gleich nochmal ansprechen werde. Ihr geht also hier auf Konto verbinden und loggt euch dann hier einmal mit eurem Twitch-Profil ein. Danach könnt ihr dann noch einen Bandbreitentest durchführen lassen. Dann prüft OBS einmal eure Internetverbindung und die Komponenten eures PCs. Und es werden die optimalen Einstellungen laut OBS vorgenommen. Das kann man wie gesagt nachher auch noch alles manuell einstellen. Aber fürs Erste machen wir das als einmal mit dem Autokonfigurationsassistenten. Und ich kann auch sagen, aus eigener Erfahrung stellt ihr die Einstellungen soweit ganz gut ein. OBS Studio stellt dann hier einmal kurz fest, welche Einstellungen am idealsten sind. Die kann man nachher auch nochmal abgleichen, wenn man das selber vielleicht nochmal ausprobieren möchte. Und ich kann euch auch noch zeigen, wie man die nachher manuell verändern kann. Hier gehen wir jetzt aber erstmal auf Einstellungen übernehmen. Wenn ihr nun euer Twitch-Profil erfolgreich verbunden habt, dann ist euch sicherlich aufgefallen, dass diese beiden kleinen Fenster hier aufploppen. Einmal die Stream-Informationen und einmal euer Chat. In der Stream-Informationen könnt ihr sowas wie Titel ändern, wie die Notification, die eure Follower bekommen, wenn ihr live geht. Genauso wie die Kategorie und Tags. Und den Chat könnt ihr live in dem Programm mitverfolgen. Das heißt, ihr braucht nicht extra euer Twitch-Profil aufrufen, um euren Chat zu lesen. Alles in OBS ist so gesehen gestaltbar. Also ihr könnt diese Sachen hier hin und her ziehen. Also wenn ihr sagt, okay, die Stream-Informationen wollen wir hier unten hin haben und den Chat wollen wir hier nach rechts haben. Dann könnt ihr das so hin und her schieben, wie euch das am besten passt. Ansonsten ist OBS in verschiedene Teile aufgeteilt. Ihr habt hier einmal diese Stream-Vorschau. Da ist jetzt einfach nur ein schwarzer Bildschirm. Das ist das, was den Zuschauern nachher gezeigt wird, wenn ihr live seid. Ihr habt dann einmal die Audio, die wir jetzt gleich einstellen werden. Und ihr habt Szenen und Quellen. In den Szenen und Quellen stellt ihr letztendlich das ein, was zu sehen sein soll. Als allererstes wollen wir einmal ein bisschen Audio hinzufügen. Und dazu gehen wir hier rechts in die allgemeinen Einstellungen, in denen ihr nachher auch eure Streaming-Einstellungen, die wir vorher mit dem Auto-Konfigurationsassistenten gemacht haben, nochmal prüfen und justieren könnt. Wir wollen jetzt aber einmal auf Audio gehen und können bei der Desktop-Audio unsere Kopfhörer auswählen. Desktop-Audio ist all das, was ihr selber auch hört, sprich Spielsound, Freunde über Discord, Musik etc. Und bei dem Mikrofon wählen wir dann einmal unser Mikrofon aus, was wir benutzen wollen. Hier klicken wir dann einfach auf Übernehmen und klicken dann auf OK. Und sollten dann auch schon sehen, dass sich hier bei dem Audio-Mixer zwei Spuren gebildet haben. Einmal das Mikrofon, was jetzt auch schon ausschlagen sollte, wenn ihr das Mikrofon richtig angeschlossen habt. Und einmal die Desktop-Audio, die auch aufstellen sollte, wenn ihr dann irgendwie Desktop-Audio habt, sprich gerade Musik hört oder YouTube verwendet oder was auch immer. Hier können wir außerdem die Audio lauter und leiser machen. Hier können wir sie muten und hier gibt es diverse weitere Einstellungen. Ich habe euch auch ein Video verlinkt, in dem ich zeige, wie ihr mit gewissen Filtern das Bestmögliche aus jedem Mikrofon rausholen könnt. Danach gehen wir hier einmal in die Szenen und in die Quellen. Und es ist so, dass ihr verschiedene Szenen hinzufügen könnt und diese dann mit verschiedenen Quellen ausstatten könnt. Wir haben jetzt hier also unsere erste Szene. Und das ist so, dass wir die mit Rechtsklick auch immer umbenennen können. Und wir nennen die jetzt einfach mal Gameplay. Da ja die meisten sicherlich viele Spiele auf Twitch streamen werden, ist das auf jeden Fall essentiell. Und wir sehen gut, in der Gameplay-Szene ist es immer noch ein schwarzer Bildschirm. Da kommen jetzt die Quellen ins Spiel. Also damit hier letztendlich was zu sehen ist, wollen wir dann eine Quelle in diese Szene hinzufügen. Auch dazu gehen wir hier in den Quellen auf das Plus und können jetzt hier in diesem Fall eine Spielaufnahme hinzufügen. Wir klicken da einfach drauf und können die jetzt auch noch umbenennen, je nachdem welches Spiel wir jetzt spielen wollen. Klicken hier auf OK und können jetzt hier in dem Modus einmal ein bestimmtes Fenster erfassen und können jetzt darunter einmal auswählen, welches Fenster wir erfassen wollen. Wichtig nur, das Spiel muss geöffnet sein dafür, damit OBS das Ganze erkennt. Wir können das also jetzt hier gerade nicht machen, weil wir kein Spiel offen haben. Aber wenn ihr jetzt ein Spiel hier offen habt, könnt ihr das auswählen, könnt dann hier auf OK klicken und das Spiel wird bei euch angezeigt. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen einfacher gestalten, wenn ihr vielleicht nicht unbedingt jedes Spiel einzeln einstellen wollt und könnt einfach nur eine Bildschirmaufnahme zeigen. Das Ganze ist auch sinnvoll, falls ihr nicht nur Spiele zeigen wollt, sondern vielleicht einfach nur euren Bildschirm. Dazu geht ihr hier einfach nur auf das Plus und geht dann hier auf eine Bildschirmaufnahme. Könnt ihr dann auch umbenennen, wenn ihr wollt. Klickt auf OK und bei mehreren Bildschirmen könnt ihr hier noch den Bildschirm auswählen, der gezeigt werden soll. Klickt dann hier auf OK und wir sehen, es wird unser Bildschirm gezeigt. Diesen können wir dann hier kleiner und größer machen, je nachdem, was wir genau zeigen wollen und können dann das auch hier mit Alt gedrückt halten und hin und her schneiden, wie wir das haben wollen. Außerdem könnt ihr hier über dieses kleine Auge jederzeit die Quelle aktivieren und deaktivieren. Außerdem ist es wahrscheinlich essentiell, eine Kamera hinzuzufügen in den heutigen Streams. Auch dazu gehen wir hier in der Quelle auf das Plus und können dann hier ein Videoaufnahmegerät hinzufügen. Das Ganze können wir natürlich auch umbenennen, falls wir mehrere Kameras haben. Gehen auf OK und er erkennt jetzt hier direkt eine Logitech Cam. Die könnt ihr hier auch noch wieder in ganz vielen verschiedenen Formen und Arten konfigurieren. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, wie ihr das Bestmögliche aus eurer Kamera herausholt. Habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt euch das gerne an, wenn ihr da auf jeden Fall noch was verbessern wollt. Auch hier können wir auf OK klicken und wir sehen auch hier, die Kamera können wir größer und kleiner machen und per Drag & Drop einfach hin und her ziehen. Falls ihr außerdem auch ein Greenscreen nutzt, so wie ich, habe ich in der Videobeschreibung auch Videos verlinkt, wie ihr diesen Hintergrund entfernen könnt, mit Greenscreen oder aber auch ohne Greenscreen. Damit haben wir so gesehen unsere erste Szene erstellt und wenn wir jetzt eine zweite Szene hinzufügen wollen, wie zum Beispiel ein Startbildschirm oder ein Endbildschirm oder einfach ein Just Chatting Bildschirm, wie auch immer, können wir hier bei den Szenen einfach auch auf das Plus gehen. Können dann hier sagen, okay, wir wollen ein Startbildschirm haben, klicken auf OK und wir sehen ohne Quellen einen schwarzen Bildschirm. Also auch diese Szene muss wieder mit Quellen bestückt werden. Aber grundsätzlich habt ihr damit das Grundgerüst für euren ersten Stream. Das heißt, ihr könnt euren Bildschirm zeigen, ihr könnt euer Gesicht zeigen und man hört euch. Ihr müsst dann lediglich hier auf Stream starten klicken und hier vorher einmal den Titel und die Kategorie anpassen und schon seid ihr live. Natürlich sind das natürlich erstmal die gröbsten Voreinstellungen, mit denen ihr euren ersten Stream starten könnt. Allerdings habe ich euch in der Videobeschreibung auch verlinkt, wie ihr zum Beispiel kostenlose Overlays verwenden könnt, damit das Ganze ein bisschen professioneller aussieht und auch einmal gezeigt, wie ihr Alerts einstellen könnt, und wie sicherlich alle Leute, die streamen wollen, das aus anderen Streams kennen, dass wenn jemand folgt, ein Symbol aufploppt, ein Emote aufkommt, wie man das auch immer nennen möchte, also eine Notification kommt, dass jemand gefolgt hat, dass jemand abonniert hat oder jemand gehostet hat und so weiter und so fort. Auch was das Creator-Dashboard angeht und das weitere Einstellen des Twitch-Profils habe ich mal ein Video gemacht. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch da gerne ein bisschen durchklicken und ich hoffe, dass ihr damit Stück für Stück einen besseren Stream aufbauen könnt. Ich wünsche sowieso allen Anfängern im Streaming-Bereich viel Erfolg. Startet auf jeden Fall durch und ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen weitergeholfen, konnte euch ein bisschen motivieren, durchzuziehen und dann sage ich Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video. Hüter Streit undacle Vielen Dank.